Nach 3 Minuten hat er sich erholt und hat schon den Spielfilm gedreht. Er ist sogar schon aufgeritten bei Suri. Scheiße, jetzt bin ich ein Foto machen müssen. Surchen, du hast ja eine schöne Rolle. Na, der kleine Popper. So ein kleiner Popper. Na, das schränkt an, kleiner, wa? Boah, älter Falter, ey. Macht er das bei deinen auch noch? Gut. Na, steh mal auf, Suri, dass er auf deiner Mütze fällt. Ja, das ist eben das, was ich meine. Die Großen lassen sich von den Kleinen alles gefallen. Und das würde ein Hund niemals tun, ne? Das ist eben der Unterschied. Zwischen Wolf und Hund. Die sind da viel sozialer. Gerade die großen Schwestern, sozusagen. Das ist eigentlich ein schönes Lehrvideo jetzt. Wie es idealerweise sein sollte. Das ist eigentlich ein schönes Lehrvideo jetzt. Ich bin der Schlüssel. Ja, ja 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 ja, ja. Ja, ich bin der Schlüssel. Ja, ich bin der Schlüssel.